Hallo Leute, ich bin's der Boom und ich begrüße euch zu einer ersten Folge Minecraft PvP Event. Wir sind im Team mit dem Demajero und es geht auch gleich los. Das ist der Spawn und wir rennen direkt weg. Man kann sich gegenseitig killen, aber ich denke, niemand wird das wollen. Unser Team heißt Hashtag Boomajero, drückt uns die Daumen. Viel Glück. Meins geht nicht hoch! Fail! Nein! Oh nee! Und warum hat er jetzt gelastet? Nein! Scheiße! Okay, nochmal. Warte, ich probier's nochmal, vielleicht war's gerade einfach da. Oh Gott, das war jetzt richtig komisch, aber ich lasse es im Video drin. Wenn es jetzt nicht klappt, musst du Cut machen. Nein! Gebt mir zwei Minuten. Okay, ich beende meine Aufnahme. Vielleicht schneide ich das ins Video rein. Wäre eigentlich ganz lustig, oder? Okay, bis gleich. Tschüss! Leute, ich bin's, der Boomerie. Und wie ihr schon am Intro gesehen habt, geht's jetzt gleich los mit dem PvP-Event. Ich hoffe mal, dass es mit den Pisten jetzt klappt. Es war ein Fehler drin. Jawoll! Komm, 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 komm! Das ist ja auch nicht am Sonntagabend. Und, äh, ja. Direkt, äh, ich bau direkt... Zuckerrohr! Perfekt damit, ich bau schon mal ein... Ich auch. Aber sollen wir aber nicht weiterlaufen? Erstmal so ein bisschen Toiko und dann laufen wir. Okay? Okay. Zuckerrohr immer mitnehmen, wenn du findest, weil das brauchen wir am Ende noch echt dringend. Okay. Oh mein Gott. Mal gucken, wie lange wir überleben werden. Oh mein Gott, ich bin so richtig hebelig. Oh. Mein Gott. Alter, mein Gott, Alter. Schweine mitnehmen, gell? Ja. Klar, Chef. Okay, komm, komm, komm. Lass weitergehen. Okay. Warte ich nur noch meine Workbank mit. Wir rennen, würde ich sagen, äh, noch ein bisschen weiter und dann bauen wir uns schon runter. Ja, okay. Folgst du mir? Kacke, wo bist du? Ich seh dich, ich seh dich. Hier. Okay, komm, da lang. Schräg gerade irgendwie ein bisschen, aber nur ein bisschen. Ich gucke, äh, ich laufe schon mal weiter. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Nicht, äh, sprinten, gell? Äh, äh, nicht springen. Der Start war eigentlich ganz gut. Haben mir gestern auch gesagt. Hä, wo bist du jetzt noch einmal wieder hin? Ich bin da. Nein, bist du recht. Bin dabei beim Wasser da. Ah, da. Alter, warte doch mal. Ich würde sagen, wir gehen in den Wald da rein und dann würde ich sagen, gehen wir schon direkt... Runder. 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 Okay, die sind, äh, sind alle, haben sich schon alle runtergegraben. Da sind Kühe, grab dich schon mal runter. Da sind Kühe, die hole ich mir. Geh in den Wald und grab dich dann runter. Ja, wir gehen, komm, wir gehen ganz, wir gehen in den Tief rein. Ja, wir gehen da, hier, 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 Leon, da. Da ist ein Höhle, da kannst du rein. Ja, hast du Holz? Bisschen. Kann ich kurz haben. Ich hab mit Dings Spitzhacke. Kann ich die Holzspitzhacke haben? Dann baue ich schon mal ab. Warte, ich komm. Oh, äh, platziere mal die Workbench und so. Das Leben noch alle. Ich spüre mal drei Steine. Danke. Okay. Oh mein fucking Gott. Oh. Glück auf. Ich hab so Angst, dass hier irgendwie ein Creeper hinter mir ist. und dann pumpen, dann einfach vorbei. Schlimmerkotz. Wieso, ich mach doch gar nichts. Hier ist Kohle, gleich mitnehmen. Ja, ich auch. Wir haben auf Hardcore gestellt, gell? Ja, hast du? Ja. Oh fuck. Sneakst du? Ja. Da unten bist du. Hallo, das bist ja du. Bist du. Hast du alles mitgenommen von oben? Lass mal essen braten. Hast du alles mitgenommen von oben? Ja. Lass mal essen braten. Gut. Das letzte Mal, der Start war so richtig gut. Und ich war einfach so dumm, bin in den Lava gesprungen. Okay. Setz dich in den Ofen, ihr wollt. So. Darf ich mir kurz was zu essen nehmen, weil ich hab, äh, Herzen verloren. Ich nehm mir schnell eins. So darfst du. Hä? Wieso leiftet der? Hm? Hey, ist ja gestorben. Prof Pingo wurde durch einen Creeper in die Luft gesprengt. Okay. Okay, fail. Das ist aber jetzt... Da ist ein Creeper, da ist ein Creeper, da ist ein Creeper, da ist ein Creeper. Erschreckt mich nicht. Erschreckt mich nicht. Noch einmal so. Junge. Okay, er ist ein Zombie. Aber ich glaube, ich weiß, woran es liegt, dass er da und raus fliegt. Was? Er passt nicht. Er geht wahrscheinlich immer vom Flory weg und dann sind sie getrennt. Pass auf, Alter, jetzt ist es auf Hardcore. Alter, hier sind so viele, so viele Tiere. Äh, so viele Tiere, so viele Mobs, gell. Komm bitte runter, ich hab Angst. Ich hab nur noch halbes Leben. Oh, Alter, gibt er viel. Ja, der gibt richtig viel Schaden. Wie viel? Zwei. Oh Gott, dann muss ich mir was zu essen holen, weil ich hab nur noch halbes. Komm, Leon, komm mit. Fuck, 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 Alter, die ziehen ja richtig viel. Ich hör schon wieder so'n kleinen, so'n kleinen Mast aus. Ich brauch selber nochmal was. Ich hör den auch. Alter, ich mach mir ne Eisenspitzhocke. Oh, Alter, ich hab kein Holz. Komm, wie Holz? Nicht viel auf jeden Fall. Ich brauch nämlich Sticks. Ja, warte. Wie viel? Ein paar. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich hab kurz ein Steinshirt gemacht, warte. Schon wieder raus. Das ist übel. Ich hab schon mal ein Steinshirt, das ist doch schon ganz anbietig. Wir müssen zusammen runtergehen, weil... Ich glaub, wir sind echt harte Viecher. Okay? Äh, vier Eisen, willst du die haben? Vier. Ja. Äh, mach dir ne Dingspitzhacke. Hab ich schon. Eisenhose, Stiefel oder nicht? Ne, warte, ich war noch. Oder doch, äh, warte, wie viel hast du? Vier. Nehme die auch mal. Okay, ich geh jetzt nochmal runter, nochmal alles mit. Warte, ich mach mir, glaub ich, ich mach mir, soll ich mal Fackeln machen? Ja, das wär nicht schlecht. Ich seh zwar einigermaßen gut, aber ich weiß nicht, ob die Zuschauer auch so gut sehen. Ich hab's nicht ganz ehem. Wir gehen hier runter. Oder ist auch alt, ich hab's nicht ganz ehem. Flori wurde von Vincent Cyrus erschlagen. Alter Schwede. Aber jetzt hab ich keinen Bock mehr. Was? Nochmal neu zu starten. Ne, wir starten noch nicht mehr neu. Was machen die denn? Weiß ich nicht. Von den Vincent sagt doch nicht gleich alle töten. Das hab ich auch grad gedacht. Die rennen immer in dieselbe Richtung. Solche Kitties. Alter. Das wär immer schlecht. Warte, gleich schreibt uns noch jemand an. Können wir nochmal neu anfangen. Ja, komm, wir bauen uns hier runter. Okay. Aber ich würd die erste Folge hier schon mal beenden. Noch nicht, wir haben erstmal Minuten. Ja, zehn Minuten sind erstmal gut. Ich leuchte erstmal ein bisschen aus. Ich baue hier erstmal eine Treppe, dass es falls irgendwas sagt. Da ist der kleine Pisser. Da ist ein kleiner Zombie da. Zombie da. Okay, hier ist ein bisschen Eisen sehr gut. Hier ist überall Eisen. Perfektum. Perfektum. Wir sind noch nicht hoch, gell? Hier ist Lapis. Ich hab Angst, Leon. Wieso? And one creeper. Oh. Immer umdrehen, weil ich hab keinen Bock, das alleine zu machen. Wenn einer ausscheidet, ist der andere bitte immer noch da, um halt noch mit ihm zu reden. Okay, das ist der Creeper, das ist der Creeper, das ist der Creeper. Oh, hier geht's in eine große Höhle, wollen wir da zusammen reingehen? Ja. Ich weiß nicht, ob die da noch weiter geht, aber die... Ja, warte, ich komm. Wo bist du? Richtige Richtung. Hier. Warte mal, ich stell mir erst mal eine, damit wir wieder zurück sind. Ich weiß nicht, ob das ein richtiger, ob das noch weiter geht, ich kann's nicht so gut sehen, aber ich wollte nicht alleine runter. Wieso nimmst du das Eisen nicht mit? Ja, ich wollte erst mal gucken. Ich nimm gleich mal das Eisen mit. Oh, fuck sorry. Hast du mich grad mit dem Schwert geschlagen? Nee. Komm. Also, ich könnte mir jetzt Full Iron machen. Ich hab 10 Eisen. Okay, dann könnten wir bald Full Iron machen. Komm. Warte. Nicht geht's. Ja, warte doch, Eisen muss immer... Ja, das kann man ja, das finden bestimmt noch so viel. Ja. Das sieht nicht schlecht aus. Ich will mir mal kurz das Eisen. Oder machst du? Okay. Ich bin so aufgeregt, aber irgendwie jetzt nicht mehr, weil der schon tot ist. Alter, ich wollte das... Wow, das erste Team ist tot. Das erste Team ist tot. Herr Vincent, ähm... Ah, Florian und... Ah, okay. Ich sag ja, das... Das... Vincent ist eigentlich der größte Gegner, den wir haben. Ja, aber komm, ich glaub, dass es nicht so schwer war. Ja, trotzdem war es... Das ist meiner Meinung nach der schwerste Gegner, den wir haben. Oh, Kacke, da geht's... Da geht's tief runter. Ja, in Lava. Ja, also beim ersten Versuch, äh... Bin ich in Lava gesprungen. Erguuu. Okay, lass weiter runtergraben. Ich grab mich jetzt hier rein und... Nee, 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 warte, warte, warte. Wir gehen zu unserer Base zurück. Wo ist unsere Base? Die war da hinten. Hier in den Raum. Lass hier in den Raum einfach machen. Ich hab die Workbench nicht, die hast du. Nee. So. Ich hab keine Workbench. Also. Ich hab keine Workbench. Hä? Du hast mir aber eine zugeworfen. Ich hab keine. Ich hab dir eine zugeworfen, ja. Hä, aber ich hab keine. Bin ich behindert? Okay. Okay. Dann hat jeder für die nächste Folge eine Aufgabe. Einer grabt sich runter und sucht nach Diamanten. Und der andere... Ich? Hä, du kriegst ja sicher die geile Arbeit. Ja, du hast die letzte, äh, letzte Runde alle Diamanten gefunden. Ja, weil ich Lack hab. Ja. Okay. Also. Nee, ist ja okay. Ich mach das ja. Also. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.